Die Zukunft ist offen. Nicht schon wieder. Wir brauchen einen neuen Plan. Teilen wir uns auf. Wir bekämpfen sie gleichzeitig. Okay. Ich übernehme das Riesenteil. Dein Gegner bin ich. Warten wir noch mal. Hallo und herzlich willkommen zu Final Fantasy. Sieben. Ja, ich bin, äh, ich bin gerade dann raufgegangen. Man muss ja alles nochmal von neu machen. Beschützt! Jetzt stopp! Stopp, Warnung! Das stehen wir durch. Ja. Alle. Gemeinsam. Jetzt gebe ich alles. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Viel Spaß! Viel Spaß! Nicht gut, gar nicht gut. Gezix! Sauber! Oh! Oh! Geben wir alles! Bleib! Mio von Bleib! Oh! Oh! Ah ah! Ah. Ah ah! Alter! Was passiert hier? Keine Ahnung. Nee, das war's noch nicht. Aber so ziemlich. Bam. Das war's noch nicht. Das war's noch nicht. Alle fit? Cloud kann ein bisschen gebrauchen, ne? Schock! Jetzt kriegst du den... den Finish hin. Komm tiefer, du auch noch mal. Hau rein! Das war's noch nicht. Das war's noch nicht. Das war's noch nicht. Das war's noch nicht. Was hab ich denn da für'n Kackschwert wieder? Wo sind wir? Beeil' dich, Clown. Was geht hier vor? Das ist... Zephyros. 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 Jetzt beenden wir es. Beuge dich dem Schicksal. Echtes? Wirkungslos, super. Ich finde dich ja gut. Wer bist denn du? Leicht resistent gegen Feuer, Eis, so ziemlich alles. Analyse nicht möglich, unbekannt. Ist nicht gut. Weiß ich nicht. Ich hab alles im Blick. Nicht gut. Nicht gut. Gar nicht gut. So geht das nicht. Player um dein Leben. Ja, mach ich. Auf ein neues. Du wirst wieder versagen. Ja, denke ich. Aber bitte. Wer bist denn du? Warum bist du so drauf? Hast du Spaß? Das ist ja. Das ist ja. Das ist ja. Was? Ey, warum machst du denn sowas? Volle Kasse drauf. Finde dich. Bitte nicht finden. Bitte nicht finden. Auf ein neues. Kopf mit dem Scheißer. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bleib entspannt, mein Freund. Bleib entspannt. Das sollte reichen. Keine Chance. Hab alles im Blick. Also kann ich gut LEDs rausnehmen. So dass ich mit mir träum hinmerę, Sie macht ja noch einje vaccine. Ich brauche Sirius. Beide ich esig! stalling dir fl Saddle etwas gegen ihm zu tun. Das hat jeder. Ach so, lieber zu Hause, Hände dich, hast du Angst vor mir? Bisschen! Weg los! Los geht's! Flähe um dein Leben! Nein! Na gut! Deine Schaube fällig! Versuch's doch! Hm! Werde dich! Hau ab mit dem einen! Willst du Limmel mit haben? Ich will dich leiden sehen! Wo sind denn meine Freunde? Da! Ja, hab ich. Nicht wirklich. Doch, hast du! Er ist stark. Ja, doch wir sind stark. Hast du Spaß? Los geht's! Oh, was ist das denn? Boah! Auf! Okay. Feier, dein Leben! Überlass das mir! Keine Chance! Flähe um dein Leben! Ist das ein Leid? Hörst du dich? Jetzt liegt es an dir! Geht los? Du bist vollkommen machtlos. Ja, merke ich. Merke ich in der Tat. Was soll denn das? Ey, kommst du nicht mehr weg? Jetzt muss ich ja alles wieder neu machen. Beuge dich dem Schicksal. Oh! Das sind die Schicksal, das sind die Neuerversuchen. Das war's! Versuch's doch! Ja! Freugst du nach zwei Meter? Na gut. Was ist los, Klaus? Volle Konzentration. Was ist los? Ja, ich will. Ja! Der Aufmerksamkeit. Keine Chance. Ich bin... Hm. Hm. erinnerst du dich Arschkrampel, wirklich, du bist ja Arschkrampel Was? Was? Neue Versuche, ich will das wieder wichsen Das sollte wachsen Wirds bald? Ich bin aber weg trocken, verdammt Mein Einsatz, du hast alles Die volle Konsequenzen selbst, was? Die volle Konsequenzen sind Von Fläche und dein Leben Meinet Geh es mit uns! Hast du Angst vor mir? Was? Was? Träumst du nachts von mir? Nein! Na gut! Beginnst du jetzt zu wein? Ich darf jetzt nicht schleppen! Nein! Hau auf mit deinem Fleer um dein Leben! Nein! Hau auf mit deinem Fleer um dein Leben! Nein, das war ich! Nein, das war ich! Du Penis, Falser! Wie schnell schießt er mit dem Scheiß? Los! Keine Chance! Das ist interessant! Dann führst du mehr um dein Leben! Ich geh nicht auf! Da ist doch der Weiche! Das ist nicht ausreichend! Jetzt gebe ich alles! Lass das? Ja! Gib alles! Opa! Jetzt gebe ich alles! Oh mein Gott! Was? Tiefer wär mir lieber, aber... Fuck! Ich hab alles im Blick. Interessant. Was? Oh Gott! Herzlichen Glückwunsch! Was? Wird's was? Okay. Ich will dich bleiben sehen! Volle Kass! Achtung! Der für dich! Was? Wieso? Achtung! 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 Los! Träumst du nachts von mir? Los! Stopp! Meine Pässe! Pen und so! Wo willst du jetzt hier dahin? Die Pläne und so! Die Pässe! Die Pässe? Ja! Okay. Spürst du den Schmerz? Ich brauch mein Kumpel. Kannst du dich erinnern? Wo ist mein Kumpel? Zeit zu kämpfen. Ich bin vorbei. Ich zähl auf dich. Ich bin vorbei. Ich habe ein Problem. Nein. Überlass das mir. Ich zurück. Was ist das? So, vamos. Es wird stark. Hup, hier ist ja alles. Das ist nichts. Ich hab' was, du Spaß. Das wird so nix. 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 Oh. Das wird so nix. 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 Ich will so nix. Ich will so nix. Das wird so nix. Das wird so nix. Das ist 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 so nix. Was ist der Kuda? Nur noch sieben Sekunden bis zum Ende. Aber es ist nicht zu spät. Die Zukunft entscheidest du. Klar. Vize-Direktor. Direktor. Richtig. 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 Ich hab gewonnen. Hast du... gesehen? Richtig. 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 Bitte. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. In welche Richtung sollen wir gehen? Zephyros. So lange er lebt, muss ich. Du hast ihn doch besiegt. Suchen wir ihn. Das finde ich gut. Für die Verfolgung braucht ihr einen Fährtenlaser. Ich bin auch dabei. Der Typ wird schließlich den Planeten zerstören. Und ein Feind des Planeten ist ein Feind von Avalanche. Oh, tiefer, leck mich fett. Hatte ich euch klaut. Noch ein bisschen. Der Himmel. Mach mir Angst. The unknown journey will continue. Ja. Glaube ich auch. Glaube ich auch. Ich fand's. Ich fand's krass. Ich fand's krass. Das ist Final Fantasy. Einfach komplett drüber. Einfach mal drüber sein. Aber auf gute Art und Weise. Am Anfang war ich so ein bisschen skeptisch, weil, wie gesagt, ich hab das als Kind das letzte Mal gezockt. Und Kinder sind leicht beeindruckbar. Und Kinder sind leicht beeindruckbar, ne? Deswegen. Aber leck mich an den Arsch. Ey, die letzten Folgen hier, ne? Alter, was da abging. Das ist schon krass. Das ist schon krass. Und jetzt haben wir noch ein DLC, so weit ich weiß. Mit einem neuen Charakter, der dann auch im zweiten Teil, also in Final Fantasy 7 Rebirth eingeführt wird. Den werden wir dann jetzt schon mal hier im DLC kennen. Ja, und dann werd ich mit Sicherheit mir den Rebirth Teil, den werd ich mir auch holen. Das war jetzt umsonst. Dann hab ich über Playstation bekommen. Also komplett für Nüsse. Mit DLC sogar. Aber da bezahl ich gerne. Die weiß ich gar nicht. Ich glaub, die ist sogar gerade im Angebot. 50 Euro oder was? Wir wissen, wie die Story weitergeht. Und jetzt bin ich schon angepisst, dass der dritte Teil noch nicht draußen ist. Wenn wir das durch haben. Ah! Nee, war cool, war cool. Storytelling war cool. Ich mag die Charaktere auch. Ich mein, ich hab da während des Vespers so ein bisschen umgeflext. Aber mal ganz ehrlich, der Barrett, der ist drüber. Immer. Der ist einfach drüber. Immer. Jetzt lässt er seine Tochter da alleine und geht mit uns auf Samurai Jagd. Und dann, ich kann mir nicht helfen, aber ich glaub der Sephiroth, der ist nicht böse. Ich glaub der hat gute Gründe für das, was er tut. Tifa Stockhardt. Chandra Chant. Aber nur die Stimme, nicht der Körper, oder? Axel Gottschick. Auch das, ne, die Synchro. War in Ordnung. Ja. Ja. Cloud ist so ein kleiner Unsinn-Part. Tifa ist großartig. In allen Dimensionen ist die Kleine einfach nur großartig. Aerith mochte ich auch leiden. Die rote Katze hier am Ende, die finde ich auch super. Und jetzt, der Dicke hat überlebt, hier der Dings, aber hier das Mädchen, die ist verschieden. Da ist ja... Ich glaub ich hab in diesen ganzen Spielen nicht einen einzigen umgelegt. Die sind alle nur diszipliniert. Wie oft wir die, 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 die Gangster da verhauen haben. Die sind immer wieder aufgestanden. Cloud Strife H4. Ah. Ah. Das sind doch echte Menschen? Ach und wahrscheinlich wieder nur die Stimme, ne? Ja. 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 Ja, dann würde ich sagen, überspringen wir mal. Gucken wir mal, ob da noch eine Cutscene kommt. Und ansonsten... Die Entscheidung Trophäe erhalten. Okay. Du kannst nun über System Kapitelauswahl jedes beliebige Kapitel noch einmal spielen. Deine jetzigen Charaktere, Waffen und Materia bleiben dir dabei erhalten. Mach dich auf die Suche nach unabgeschlossenen Aufträgen und Storyabschnitten und tauche noch tiefer in die Geschichte ein. Da habe ich ein Problem. Weil... Der Schwierigkeitsgrad Schwierig wurde freigeschaltet und kann in der Kapitelauswahl für jedes Kapitel ausgewählt werden. Mach dich auf die Suche nach speziellen Manuskripten oder verstärke deine Waffen auf das Maximum. Auf Schwierig können keine Gegenstände eingesetzt werden und an Rastpunkten werden nur TP-Gehalt. Aha. Im Hauptmenü kannst du unter System, Spielfortschritt, bisherige Kampfstatistiken und Storywegpunkte einsehen. Cool. Bonus-RP und FP. Die im Kampf erhaltenen Erfahrungspunkte werden doppelt und Fertigkeitspunkte für Materia werden dir dreifach angerechnet. Ein neuer Kampf-Simulator. Irgendwo in Hoyos Labor befindet sich ein neuer Kampf-Simulator. Wähle in der Kapitelauswahl das 17. Kapitel aus und versuche dich an dieser neuen Herausforderung. Was von Herausforderung? Haben wir doch gemacht. Motorrad-Mini-Spiel überspringen. Du hast nun die Option, das Motorrad-Mini-Spiel zu überspringen. Welches Motorrad-Mini-Spiel? Du kannst nun einen Teil der Geschichte spielen, bei dem ein neuer Charakter im Mittelpunkt steht. Juffi, genau. Das machen wir. Intermission. Das ist das. Wähle auf dem Titelbildschirm des Hauptspiels mit R2 Intermission aus. Ja. Machen wir. Was ist denn hier eigentlich? Gar nichts, ne? Ja, ich habe in die Trophäen reingeguckt, ne? Ich bin der Meinung, wir haben alle Aufträge gemacht. Haben wir hier Kampfberichte? Ah, endlich. Den habe ich endlich fertig gemacht. Ja, das war jetzt bestimmt hier am Ende bei den Bossen, ne? Dafür mussten sie ja die Spezialfähigkeit anwenden, wenn die im Schockzustand sind. Und meistens, wenn die Gegner im Schockzustand waren, dann waren die auch ratzfatz danach Geschichte. Deswegen konnte ich dann nicht mehr die Spezialfähigkeit einsetzen, ne? Ja, gut. Speichern. Was haben wir überhaupt? Lass mal. Ach so, da unten steht. 42 Stunden 15 Minuten. Du kannst das Hauptmenü momentan nicht schließen. Wähle über die Kapitelauswahl unter System ein Kapitel, um es erneut zu spielen. Du kannst unter System auch zum Titelbildschirm zurückkehren. Du solltest vorher aber deinen Spielstand speichern, da du ihn sonst verlierst. Habe ich mir gedacht. Shit. Dann bleibt mir an dieser Stelle nichts anderes übrig, als mich fürs Zusehen zu bedanken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Morgen geht es dann weiter mit Intermission, dem DLC. Ich wünsche euch was. Bye, bye. Bye, bye, bye. Bye. Untertitelung des ZDF, 2020